Hallo Leute, willkommen zurück zu Beyond Good and Evil. Wir haben bereits wieder ein Foto gefunden im letzten Part. Ja, wir haben ein Foto gefunden, das wir für Iris benötigen. Was war das nochmal? Ja genau, die Opfer in den Dom-Sarkophagen drin war das. Und wir brauchen natürlich noch weitere Bilder. Zack, noch ein Bild fehlt, aber ich weiß gerade nicht mehr was für eins, aber wir werden das schon finden. Wir werden das schon irgendwie finden. Auf jeden Fall will ich jetzt hier entlang gehen und mal diese Seite ansehen. Ja, geh weg, dich will ich nicht. Irgendwo, da kamen wir glaube ich lang. Ja, hier kann ich hoch, genau, hier kann ich hoch. Hoch da, hoch da, jawohl, jawohl, und nicht darüber hinweg, gut. Okay, andocken bitte. Ja. Mal sehen, vielleicht finden wir hier ja etwas mehr. Bist du bereit, Double H? Sag was. Und niemand weiß, was davon, das ist schrecklich, ja. Der dritte Beobachtungspunkt misstellt. Gehen Sie zum dritten Beobachtungspunkt. Ja, okay, okay, ich gehe schon. Ich stresse mich nicht, ja, ich, 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 ja, ich bin eine Frau, ich brauche meine Zeit. So, da könnte ich wieder speichern, will ich jetzt zwar gerade nicht, und hier unten kann Double H lang gehen, aber ich nicht. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Dann gehe ich mal hier lang, okay? Double H, was sagst du? Alles klar? Gut, dann gehen wir. Okay, manchmal muss man das Team auflösen. Ja, muss man. Ja, natürlich, du mit deinem Carson und Peter, oh scheiße. Oh, mein, den kann ich, aha, aha. Wisst ihr, was jetzt passiert? Wir feuern. Der denkt, hä, was ist los? Und zack. Wow. Der hat sogar noch gefeuert. Was, was geht mit dem Typ? So, geht das jetzt automatisch zurück? Wenn ja, wäre irgendwie gemein. Nee, offenbar muss ich es nochmal betätigen. Alles klar. Äh, Feuer. Und springen. Springen, Jade. Wow, da, 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 da. Das war gut knapp. Und wir sind da. Gut, Bats. Und nun, ganz, 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 ganz vorsichtig. Oh, 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 da ist wieder irgend so ein... Oh nein, die Kanonen. Oh nein, ich hasse sie. Okay, jetzt befinden wir uns im Nebel. Die können mich nicht sehen, solange ich hier im Nebel stehe. Springen. Oh, mein Gott. So, mir kurz ein... Oh, dieses Gefühl, wenn man hier unten steht. Ja. Das sehen Sie irgendwann. Nee, die sind nicht nach vorne. Okay. Oh, 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 du, Drexding. Dreh dich um. Dreh dich nochmal um. Jetzt kann ich springen. Jetzt kann ich springen und warten, 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 warten. Ich will jetzt nicht, dass der mich von hinten sieht, wenn ich da rüber springe. Deswegen muss ich noch kurz warten. Das wäre nicht so gut. Dreh dich, jawohl. Und bitte nochmal drehen. So, nun. Wenn der sich dann gleich nochmal umdreht, dann kann ich es wagen. Ich bewege mich ganz langsam und verpisse mich. So. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe mich gerade von dieser Tür erschrocken. Ja, sind da auch Gegner? Wo muss ich lang? Okay, hier ist kein Saft drauf. Okay, dann gibt es nicht viele Wege. Habe ich noch eine Sicherung dabei? Nö, ich glaube nicht. Die muss ich alle verwenden, die ich gesammelt habe, oder? Aha, aha, irgendwo muss ich den Strom ausschalten. Irgendwo muss ich den Strom... Okay, wenn wir keinen Gewischt kriegen wollen, muss ich zuerst den Strom unterbrechen. Ja, sage ich doch. Aha, vielleicht treten wir einfach mal hier hin. So. Ist doch kein Problem hier. Und nehmen. Jade, bitte. Danke. So, bitte umdrehen, dass ich was sehen kann. Ich habe mich so beeilt für gar nichts. Super. So, Sicherung, einlegen. Ding. Würde mir das nicht auch irgendwie einen Schlag versetzen, wenn ich die einsetze, wenn Strom drauf ist? Ich kenne mich jetzt mit Strom nicht unbedingt so gut aus. Also, wenn das jemand weiß, bin ich gerne bereit, eure Tipps entgegenzunehmen. Nee, ich wäre froh, wenn ihr mir solche Dinge sagt. Weil, wie gesagt, ich weiß sowas nicht. Nicht sicher auf jeden Fall. Okay, das stinkt doch schon nach solchen Kampfrobotern hier. Aha, aha, au. Ja. Mann. Ja, ist mir jetzt egal. Hier, du gehörst dahin. Und du gehörst dahin. Mann. Oh. Komm schon. Wie schnell muss ich denn bitte sein? So, jetzt hat es geklappt. Boom. Nein, weg da. So, ja, nie zu knapp spielen hier, wie ich. So, alles mitgenommen. Und dann kann ich da rüber gehen, mir das Geld holen, dann könnte ich noch da lang und ich könnte da lang. Und ich glaube, ich muss zuerst... Oh, verdammt, da ist eine Perle drin. Nee, ich muss zuerst den anderen Weg nehmen. Alles klar. Ja, das fährt man gerne. Ich weiß, wo ich lang muss. Das ist immer gut. Oh, ja, natürlich. Natürlich. Der Kerl sieht mich bereits in die Tür aufgeht. Na klar doch, warum auch nicht. So. Zack. Oh, 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 oh. Oh, Menschenskind. Was? Ach so. Wusste gerade nicht mehr, wer jetzt wo ist. Lass mich hier durch. Ich sehe nichts mehr. So. Endlich. Ja, setz doch dein Schild ein, Mensch. Das ist mir doch egal. Au. Ja, das war mir jetzt nicht so egal. So, Kababs bereitlegen hier. Ja, komm. Ja, ja, genau so muss das sein. So habe ich ihn gut erwischt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. La 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 la. Das kaputt. Das kaputt. Ja, auf so engen Raum mit diesen Dingern zu kämpfen, ist echt schwer. Ist echt nicht leicht. Äh. Das da. Hab mich das für Zufall jetzt nicht. Nee. Ich hätte mich auch durchschleichen können. Und dann hätte mir das Vieh hier das Leben schwer gemacht. Das Vieh ist gut. Da liegt noch eine. Wow. Da liegt noch so ein Ding. Geil. Wow. Ich hab schon so viel Energie. Ist das nicht super? So, hier ist noch ein Boost und ein bisschen Geld. Gut, 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 gut. Muss ich jetzt der anderen Tür noch irgendwie Saft geben oder so? Ich weiß gerade nicht. Die, die vorher verschlossen war, meine ich. Ich habe jetzt hier eigentlich nicht unbedingt was eingeschaltet, was die Tür da entriegeln könnte. Nee, definitiv nicht. Ah, hier entlang vielleicht. Aha, hier entlang. Shuttles ohne Markierungen für die Opfer. Verstehe. Kommt noch mal eins. Ich will noch mal eins sehen. Ich will noch mal eins sehen. Ja gut, durch dieses schmutzige Glas sieht man es nicht gut. Ja, weg da. Und wisst ihr, was jetzt kommt, Leute? Jetzt kommt die für mich schwierigste Stelle im ganzen Spiel. Da drin sind vier oder fünf Alpha-Truppen. Und so ein übler Laser. Man könnte sich da definitiv durchmogeln. Durchmogeln, ja. Oh, 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 oh. Nee, 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 das klappt nicht. Nee, das klappt nicht. Oh ja. Ja, sobald das passiert, wäre ich kaputt, wenn mich dieser Laser sehen würde. Deswegen. Soll ich es wirklich versuchen, dass ich mich da durchschleichen kann? Nee, das schaffe ich nie im Leben. Nee, hier, dieser Raum ist für mich wirklich immer so ein... Ein Probieren, ja, so ein Probieren irgendwie. Dass die irgendwie so zu blöde sind. Nein. So. Dass die irgendwie zu blöde sind. Das sind alle da, das sind alle da. Ah, nein. An die Wand. Mann. Ja, ungefähr so mache ich das immer jetzt. Oh nein. Da, verdammt. Ich bin zwei Zentimeter zu nah an die Tür gekommen. Ja, wie gesagt, das ist für mich, das ist für mich echt Hölle. Dieser Raum hier ist für mich echt Hölle. Hier patrouilliert auch sogar noch eine. Meine Güte. Aber ja, die Tür, die bemerken Sie nicht, wenn die aufgeht. So, er hat jetzt umgedreht, oder? Ja, hat er. Hat er. Oh, verdammte Scheiße. Nein. Nein. Ich, ich, ich wusste nicht, wohin der jetzt blickt. Okay. Okay. Ja, dass ich hier ein paar Mal sterben werde, das war mir klar, dass das klappt nie ohne. Wie soll ich mich denn da durchmogeln, bitte? Okay, er kommt nicht so weit. Okay, dann werde ich einfach mal. Ne, ich werde mal, ich werde mal abwarten, was der jetzt so macht. Manchmal funktioniert das nicht anders. So, der geht dann weiter. Und dann, was? Wann hätte ich jetzt da bis durchgekommen? Oh Gott, nicht so weit kommen, bitte. Nicht so weit kommen. Oh nein, oh nein. Jetzt kommt der andere wieder mit. Okay, jetzt könnte ich es vergessen, verstehe. Ich verstehe. Also müsste es eigentlich... Wann soll ich das bitte machen? Wann soll ich das bitte? Außer der, der wartet jetzt so ewig lange da drüben, aber... Glaube ich irgendwie auch nicht. Ne, jetzt werdet ihr mich schon wieder sehen. Hey, wann soll ich denn das bitte machen? Ich könnte mich jetzt... Ja, jetzt in dieser paar... Ja, in dieser Millisekunden hätte ich es vielleicht schaffen können. Hä? Ja, seht ihr mein Problem? Dieser Raum ist für mich das schwerste mit Abstand im ganzen Spiel. So, ich versuche es einfach mal. So, jetzt muss er sich umdrehen. Ja. Nein, ich... Hä? Welcher hat mich jetzt gesehen? Welcher von denen hat mich jetzt gesehen? Ah, falscher Weg. Super. Hä? Schattelz ohne Markierung. Damit transportieren sie die Opfer. Okay, ich mach's wieder auf meine lehme Weise. Ansonsten wird das nix. Oh. Was denn? Ja, ich hab das auch schon... Ich glaube, einmal hab ich es geschafft. Einmal hab ich das geschafft. So... Wow, wow, wow. Vorsicht. So, ja. Kommt her. Das kommt von da drüben. Ja, kommt es. Ich weiss. Ja, gut, das könnte jetzt eine Weile dauern mit diesem Raum hier. Ja. Trete dich bitte zu mir um. Ja, so wird das nix. Ne, selbst ein gezielter Schuss wird jetzt nicht treffen. Aber der hier. Da kommt was. Ja. Ja. Helf diesem Typen nicht, ja. Das Ziel ist eigentlich, dass alle irgendwie ein bisschen sinnlos umherirren. Und dann keiner mehr da ist, um dem anderen zu helfen, aber... Hey, alles klar? Aber wenn die... Bleibt doch da! Hey, alles klar? Mann! Oder soll ich mal darüber feuern? Ne, das geht sowieso nicht. Ja, einer kommt. Und den müsste ich dann gleich irgendwie attackieren können. Aber... Wie? Hey, alles klar? Mann, er hat Probleme! Aha, zwei sind schon... Okay. Okay, System wieder angeschlossen. Oh, verdammt, das hätte funktionieren können. Verfluchte Kacke! Das hätte funktionieren können. Ah, wenn ich jetzt da richtig getimed hätte, hätte es funktionieren können. Verflucht! Verflucht! Egal. Leute, ja, das dauert jetzt halt ein bisschen länger. Oh, manu! So, Jay dreht sich auf. Ja, nicht bewegen! Mich nicht bewegen! Partner hat Probleme! Ja, ja. So. Wollange dieser Alarm da ist, darf ich nicht zur Tür gehen, weil da bin ich sofort kaputt. Ah, vorhin wäre es so knapp gewesen. So knapp! Drei waren verletzt und ich hätte den vierten nur noch treffen müssen. Ah, bumms! So, bleib hier, bleib hier! Nein! Hier ist was! Seht doch! Oh, verdammt nochmal! Mann, oh! Ihr seid doch so ungläubig! Oh, ja, oh, ja, oh, ja! Feuer! Noch einen erwischt, ja! Zwei sind nicht heile! Oh, weg hier! Oh, weg hier! Ja, nichts heften lassen! Ja, so ein Ding ist instant death! Was denn jetzt? Seid ihr alle schon wieder... Oh, ja, ihr seid alle schon wieder heile! Oh, verdammt! Ja, das könnte es noch eine Weile dauern. Das kommt von da drüben. Ah, ich hätte es da beinahe gehabt. Aber naja. Ja gut, dann dauert der Part jetzt ein bisschen länger. Vielleicht freuen sich ja einige darüber. Möglich. Nein, alles klar. Lauf nicht zu den... Nein! Nein! Da ist was! Oh, Menschenskind! Ja, dieser Raum, der... Nee. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Mann, hört doch mal auf damit! Müsst ihr euch denn ständig helfen? Oh! Oh, 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 weg da, weg da, weg da, weg da. Unbedingt weg da. So. Ach ja, fick dich doch. Tak! Tредig, tredig, tredig, dredig, dredig um! Tredig um, du, Bastard! Ich gehe! Wohin? Feier! es war schon wieder eine topfe super ja ich mache das falsch ich weiß man könnte sich da irgendwie durchmogen aber ich sehe nicht wie es geht was ist denn das ja dann säubert auf die scheißzone mensch ab spaß daran ja ja wie gesagt ich liebe dieses spiel ich liebe es aber diese stelle das ist mir zu über er kommt noch näher kommen in den schatten ja 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 kommen in den schatten der typ hat nur ein problem mit seiner mit seiner mit seiner ausrüstung ist eigentlich alles in ordnung ja schon ich da keine mehr da schießt man da darüber wo geht er jetzt nachsehen ich habe da nach hinten geballert ok der sie tatsächlichen ja 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 kommst du dich schnell um das war es ist doch nicht wahr ich habe verfehlt ich habe verfehlt ja da brauche ich immer ein bisschen glück dass das funktioniert komm her komm her komm her zu mir hat doch mal ein bisschen ruhig wo sind sie jetzt irgendwie muss ich das genauer abpassen wie ich da durchschleichen muss ansonsten klappt das niemals wieder nicht okay ich muss eben wieder durchschleichen definitiv wow 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 drei stück da ja gut jetzt habe ich verfehlt ja gut das war jetzt meine eigene schuld aber was soll's ja dann säuber halt mal treff ich damit zack nein tue ich nicht ja dann säuber halt mal so irgendwie muss das doch funktionieren ja stellt euch alle wieder hin super super oh halt nein nein man kann nicht zwei gleichzeitig kaputt machen es geht nicht bin ich froh in diese stelle ja super man bin ich froh an dieser stelle durch ist glaubt mir das wirklich die halle für mich in diesem spiel sowie sollten das gehen hier kann ich mich irgendwo verstecken nein weil er dreht sich ja quasi in die falsche richtung quasi müsst ihr was ich meine und das muss ich jetzt dem oh mein gott scheiße geht weiter schnell oh mein gott muss ich dem jetzt so scheiße ist das ist nicht euer ernst oder verdammt bin ich geil verdammt bin ich geil oh mein gott essen essen wenn wir hier nach hinten kommen dann ist eigentlich nicht so das problem kommt doch her menschens kind ja jetzt bin ich schon mal hier drüben tja komm jetzt her ja genau so nein so komm jetzt du bist mir doch zu blöde du bist mir doch nicht so dumm hier ja dieser raum ja aber da ist noch ein zweiter durchgang in dem raum ich weiß echt nicht ich weiß echt nicht ob da was ist kann mich durch diese tür durch aufladen kommt einer nicht mich treffen das nein 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 okay von hier aus habe ich das ganze noch nie gemacht mit der erlaubnis zu säubern ja leck mich doch mit euren säubern hier zack dreh dich um dreh dich um ja komm doch her mensch man diese dinger bringen überhaupt nichts nein ich krieg euch nicht da un ach komm näher komm näher menschens kind komm jetzt her warum kommst du nicht näher da treffe ich ihn so nee tue ich nicht ja ich ja das nützt nichts komm her ich werde von der rakete erwischt ja so werde ich von der rakete erwischt ich musste es testen sorry leute ich musste es testen aber ich bin jetzt auf dieser seite das ist schon mal in ordnung ist schon mal in ordnung ok nee das klappt nicht 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 ne 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 ok auf jeden fall die tür da drüben ist offen kann ich nicht einfach da durchgehen das uhr nein da drüben ist gar nix nein 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 da drüben ist gar nix einfach mal eine bombe werfen obwohl da vielleicht gar nix ist ok ich gehe jetzt da durchgehen ganz vorsichtig und leise so ja nein wie kann ich da durch ja ich ja tatsächlich muss da durchgehen es ist tatsächlich dieser weg ich will diese perle haben ich will ich muss ich will und ich muss so versuchen wir das wieder auf diese weise ja ja genau nein ich muss doch die irgendwie klein kriegen halt einer ist weniger eines weniger ja 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 komm schon so über die zone kommt ich bin weg 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 von diesem dingen hier nicht erwischt nicht erwischt nicht erwischt ja ich muss das wirklich so leh machen ich weiß ich treffe doch niemals sie sehen mich nicht oder nie nicht ja langer fahrt nicht wahr leute kann auch gar nicht viel sagen irgendwie bestätigt sorry dafür zack na also oh fuck nein der sitzt nicht er sitzt natürlich nicht dieser schuss sicher nicht ich muss das noch hinkriegen heute oder ich muss das heute wirklich noch hinkriegen hallo tief hallo tief man fick dich jetzt doch man ist dann doch immer noch nein nein ist natürlich immer noch zu viele da obwohl ich ein besiegt habe ja man könnte hier schon lange weitergehen ja natürlich aber ich will ja die perle haben ich will ja die perle ich habe nicht gesehen wie ich da hätte weg gehen können treffe ich den da ja werde mir aber nichts bringen ich muss den da hinten erledigen und dann rennen sie auf ihn zu dann werden sie ihm vielleicht helfen das ist jetzt so mein plan also ich habe genau den erwischt der da immer die patrouille gelaufen ist sieht fast so aus hofer natürlich hast du mich gesehen leck mich doch es ist kacke dass ich da nicht näher ran darf oh den habe ich erwischt irgendwie aber ich will hier nicht mehr den quatsch noch mal machen ja deswegen gebe ich mir ja gerade wirklich große mühe dass das wirklich funktioniert so na endlich ich habe den raum des todes geschafft so im normalfall habe ich die wirklich immer da hinten gesammelt und da geht es aber nun wollte es irgendwie nicht klappen so mein stark aus und meine perle endlich das war jetzt das jetzt wirklich ein krampf es tut mir leid es tut mir leid so aber die helfe des raumes hätte ich mir dann doch ersparen können wenn ich hier reingekommen wäre ja wie gesagt ich check diesen raum nicht das ist nun mal so auf jeden fall das war jetzt ein bisschen ein längerer part einfach nur wegen meiner fehlheit es tut mir leid aber ich hoffe ihr seid doch beim nächsten mal wieder dabei wenn es heißt beyond good and evil vielen dank fürs zu sehen und bis zum nächsten mal macht's gut tschüss